Mein Name ist Lukas. Ich unterrichte seit fünf Jahren mit Freude am Realgymnasium Remi Bühels Fach Mathematik. Da bringe ich natürlich Mathematische Stoffinhalte der Schüler näher, aber schaue auch, dass immer ein gutes Klassenklima herrscht. Nebenbei schaue ich auch, dass ich starke Schüler mit aussenschulischen Programmen fördern kann oder schwache Schüler mit Dutoraten weggeben, um wieder umfallen zu können. Wichtig ist auch, dass ich immer ein wachsames Auge habe auf Veränderungen von Schulen, weil Teilwielis merken wir Veränderungen bei unseren Schülern schneller als die Eltern zuhause und haben dann Gelegenheit, die Eltern darauf aufmerksam zu machen. Auf meinem Studium habe ich mir ein unglaublich grosses mathematisches Grundwissen mit, das mir erlaubt, Fragen aus der Klasse sofort zu beantworten und in den Beschwindigkeiten auch mehrere Zugänge zu einem Thema zu ermöglichen. Motiviert zum Mathematik zu studieren, habe ich mich mit dem damaligen Mathelehrer, der mir die Faszination an diesem Fach sofort vermitteln konnte. Ein weiterer Grund war auch, dass ich gewisse, dass ich später nie wieder ein Jobproblem habe. Für Schülerinnen und Schüler, die sich für das Mathematikstudium interessieren, würde ich empfehlen, dass sie am Gymnasium ein Schwerpunktfach Mathematik besuchen oder beispielsweise ein Förderungsangebot der ETH, damit sie mal in Kontakt mit Hochschulmathematik kommen, die sich teilweise doch grundlegend vom gymnasialen Unterricht unterscheiden.